Wird immer Dünker, aber noch nicht ganz runter gegangen. Ungefähr 3000 Leute da. Warten noch einige Schiffe. Und die Sonne, da ist sie. Armin, noch einmal Service. Ein Blitzlichtgebiet wie ein Robert Williams Konzert. Jetzt geht es schon wieder durchs Bild. Heute ist es schon ganz klein. Das ist eine Stretchhose. Ich glaube, der war am Hippiemarkt. Oh, der schwitzt noch im Lachs. Das ist ein Bierversagen. Mit kein Mädchen. Da geht sogar die Sonne baden. Das ist ein Mädchen. Das ist ein Typ, oder? Dann wird der Post. Die Sonne ist schon fast weg. Die Sonne ist schon fast weg. Das ist schon braun wie ich. Das ist schon braun wie ich. Das ist schon braun wie ich. Fast ganz weg. Das ist schon braun wie ich. Excuse me. Will you take a photo of us? I'm in the party photograph. I'm in the party photograph. Und in der Ein Smok ist sie ganz weg. Ich bin ein Schömerz. Das ist ja wirklich sohn, ja da. Zag auf das Gatsche stellt sich an mittlerweile. Das war der Sonnenuntergang beim Café Del Mar, sehr nett, ergreifend war das hier. Nächstes Jahr sind wir sicher wieder hier und da werden wir sicher dann des Öfteren sowas filmen. Ibiza Tour 2008. Wir sind mit dabei, Österreich auf Reisen, wir sagen noch 3, 2, 1, Bussi!